Wir sind seit 40 Jahren in der Branche tätig und setzen seit fast 25 Jahren unter anderem auf Granit als Konstruktionswerkstoff für unsere Maschinen. Beim letzten Projekt war das zum Beispiel mal ein Maschinenbett von 13,5 Meter Länge. Bei der Maschine haben wir durch den Einsatz von Granit eine Ebenheit auf dieser Fläche, auf den 6 Metern, von unter 10 µ erreicht. Hallo und herzlich willkommen zum REITSTEC Video Blog. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute bin ich mal der Moderator Christopher Reitz und habe mir hierzu einen langjährigen Kunden eingeladen, der vertreten wird von Felix Kämpfer von der Firma Stöckel Werkzeugmaschinen GmbH. Hallo Christopher, danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass das geklappt hat. Und bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, stell dich doch nochmal kurz vor. Ja, mein Name ist Felix Kämpfer. Ich bin seit 2018 bei der Firma Stöckel Werkzeugmaschinen als Fertigungsleiter tätig. Habe davor ein Maschinenbaustudium an der TU Darmstadt absolviert und danach noch einige Zeit bei einem Fertigungsbetrieb in Nordengland gearbeitet und mich da mit der Optimierung von Schleifprozessen befasst und habe so auch viele Schleifmaschinen mal von der Anwenderseite kennengelernt. Ja, dann erzähl uns doch mal, was genau macht ihr bei der Firma Stöckel und was ist euer Kerngeschäft? Also die Firma Stöckel Werkzeugmaschinen GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Herborn, hat ca. 35 Mitarbeiter und stellt hochpräzise Schleifmaschinen zum Flach- und Profilschleifen her. Wir sind seit 40 Jahren in der Branche tätig und setzen seit fast 25 Jahren unter anderem auf Granit als Konstruktionswerkstoff für unsere Maschinen. Ja, genau wie du es gerade gesagt hast, habe ich mich bei meinem Vater mal rückversichert und er hat mir auch bestätigt, dass es seit über 25 Jahren die Geschäftsbeziehung zwischen Stöckel und Reiznatursteintechnik gibt. Genau, seit 1997. Boah, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Ja, kannst du mir mal erklären, wo eure Kunden im Metier unterwegs sind, dass die Zuhörer und Zuschauer das auch mal mitbekommen, wo ihr alles aktiv seid? Ja, also etwa die Hälfte unserer Kunden kommen aus dem Werkzeug- und Formenbau, das heißt überall da, wo hochgenaue Ebene Werkzeuge hergestellt werden müssen. Andere kommen aus dem Maschinenbau, aus dem Getriebebau und auch aus der wachsenden Branche der Medizintechnik. Okay. Unsere Spezialität sind dabei wirklich maßgeschneiderte Maschinen, das heißt Maschinen, die von der Konstruktion bis zur Software genau auf den Bedarf des Kunden angepasst werden. Ihr habt auch alle Mitarbeiter bei euch in-house, vom Konstruktion bis Projektmanagement und Abnahme, alles bei euch in-house? Genau, findet alles bei Stöckel in Herborn statt. Ja, Felix, erzähl mir doch mal, wie läuft so ein komplettes Projekt ab, weil ich bin ja auf der Seite des Herstellers vom Granit und jetzt würde ich gerne mal hören, wie so ein kompletter Ablauf von Anfang bis Ende läuft bei euch. Das hat tatsächlich maßgeblich mit der Maschinengröße zu tun. Bei kleineren Maschinen habt ihr oft schon bei Reizblöcke vorrätig, auf die wir dann zurückgreifen können, die dann entsprechend gefertigt werden. Bei größeren Maschinen kündigen wir das in der Regel telefonisch an. Das funktioniert nach der jahrzehntelangen Zusammenarbeit wirklich reibungslos, weil jeder Ansprechpartner auf beiden Seiten eigentlich die Prozesse des anderen wirklich gut kennt. Ihr habt ja auch von uns immer den gleichen Ansprechpartner und das finde ich auch immer super. Euer Vertrieb ruft uns schon vorher an, wenn ihr mit einem Kunden im Gespräch seid, wenn es hier um die größeren Maschinen geht, dass wir schon mal Blöcke vorreservieren oder die auch schon da sind, dass wir auch gleich welche reservieren für euch. Genau, ja und dadurch, dass wir immer den gleichen Ansprechpartner haben, funktioniert das auch wirklich, wirklich super. Bei Neuentwicklungen lassen wir uns nach wie vor auch durch die Konstrukteure von Reiz beraten. Beim letzten Projekt war das zum Beispiel mal ein Maschinenbett von 13,5 Meter Länge und bei so einer großen Maschine müssen natürlich hinsichtlich Stabilität und auch Transportfähigkeit ganz andere Auslegungen getroffen werden als bei einer kleineren Maschine. Ja genau, das war auch eines der größten Betten, die wir bis jetzt gebaut haben mit 13,5 Metern. Ein sehr spannendes Projekt auch, was ich fand, da war viel, wie du sagst, der Transport war wichtig natürlich bei so einem großen Bett mit euren Ohren nebendran. Das sieht man auch mal eingeblendet, die Fotos jetzt im Nachgang und erzähl mal, für was ist denn das Projekt angewendet worden? Weil das können unsere Zuhörer und Zuschauer ja gar nicht so richtig fassen. Was macht ihr mit den Maschinen oder was macht euer Kunde mit den Maschinen? Das Bett war für eine Maschine mit einem Schleifbereich von 6 Meter mal 800 Millimeter, das heißt 6 Meter Länge und 800 Millimeter Breite. Dazu muss das Bett dann etwas mehr als doppelt so lang sein, weil da ein Schleiftisch hin und her fährt. Und darauf werden besonders lange Press- oder Abkantwerkzeuge gebaut, für eine Blechfertigung zum Beispiel, wenn ganz lange Bleche bearbeitet werden müssen. Und bei der Maschine haben wir durch den Einsatz von Granit eine Ebenheit auf dieser Fläche, auf den 6 Metern, von unter 10 µ erreicht. Das war wirklich ein spannendes Projekt, weil das wie alle unsere Betten auch ein einteiliges Bett war bei der Länge. Und bei euch sehen die Arbeitsschritte ja dann ganz anders aus als bei uns. Soweit ich weiß, wird bei euch das Bett zunächst gesägt, dann gefräst, geschliffen und dann mit der Hand wirklich auf Präzision gelebt. Und die Buchsen kommen noch rein, also die Metalleinsätze. Der Granit kommt ja von Natur aus ohne Gewinde. Ich kann nicht einfach an Gewinde reinschneiden, sondern an den Stellen, wo wir was verschrauben müssen, müssen natürlich Metalleinsätze eingeklebt werden. Genau. Ihr verwendet ja meistens bei euren Projekten Impala-Granit, der kommt ja aus Südafrika. Genau, wie du es auch die Schritte so schön erklärt hast. Der Block kommt nach Assler oder zu unseren verlängerten Werkbänken wird zugeschnitten, dann gefräst, geschliffen, gebohrt, Metalleinsätze verklebt und dann natürlich das Handgeläppte, weil ihr habt auch eine hohe Genauigkeit. Die kommt von uns, dass ihr natürlich euren Kunden die hohe Genauigkeit, die Anforderungen weitergeben könnt. Erzähl uns doch mal, warum ihr auch vor über 20 Jahren auf den Werkstoff Granit umgestiegen seid. Also Granit ist in der Technik auch als sehr temperaturstabiler Werkstoff bekannt. Die Längenausdehnung ist etwa nur halb so groß wie bei Stahl- oder Eisenwerkstoffen. Das heißt, Maschinen, die in einem Produktionsumfeld arbeiten, die unterliegen auch immer Temperaturschwankungen. Und wenn ich dann auf einem Mikrometer arbeiten will, dann muss ich versuchen, diese Schwankungen so gering wie möglich zu halten. Der Kunde bekommt also letztendlich ein besseres Bearbeitungsergebnis über mehrere Prozesse hinweg von der Maschine. Die thermischen Eigenschaften sind unser größter Vorteil. Und dazu haben wir auch einen Videoblog und Audioblog schon vorher aufgenommen. Gerne können da die Zuschauer mal reinhören. Was siehst du noch andere Vorteile bei unserem Granit? Ja, du sprichst es an, die thermischen Eigenschaften. Ich habe eben auch schon die Längenausdehnung genannt, die geringer ist als bei Stahl zum Beispiel. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist die geringe Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, die ganze Maschine reagiert insgesamt viel, viel träger auf Temperaturschwankungen. Und ich habe viel bessere Prozessergebnisse über eine lange, lange Zeit. Ein wirklich großer Vorteil für uns als Maschinenbauer ist, dass ich jeden Granitblock frei gestalten kann. Das heißt, wir sind bei der Auslegung von Maschinen nicht an vorhandene Gussmodelle gebunden, nach denen wir uns immer richten müssen oder müssen gewisse Serien fertigen, damit es sich lohnt. Sondern wir können immer Einzelstücke kundenspezifisch anpassen. Wir starten bei jedem Block neu. Ja, wir haben ja auch Papinolen von euch, sind ja ähnlich bei den Maschinen. Das ist schon ein Standard, aber die Betten, das ist ja wirklich bei euch immer individuell oft. Finde ich auch sehr gut, dass wir da so gemeinschaftlich mit eurem Vertrieb und unseren Konstrukteuren zusammenarbeiten. Ja, ist für beide Firmen ein Vorteil, auf jeden Fall. Das waren jetzt ganz viele Infos, die du uns allen Zuhörern und Zuschauern schon gegeben hast. Wir wollen noch einen Teil 2 aufnehmen, da willst du uns ein bisschen über Beispiele und weitere Projekte erzählen. Und dafür vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Es wird wieder spannend.